Das Steinbeil ist ein überschliffenes Beil aus kristallinem Gestein oder Feuerstein. Steinbeile gehörten zu den wichtigsten Werkzeugen der europäischen Jungsteinzeit. Trotz der wachsenden Bedeutung metallischer Werkstoffe gab es sie bis weit in die Bronzezeit. Im mittelalterlichen Volksglauben besaßen steinerne Artefakte eine magische Bedeutung. Steinbeile seien vom Donnergott als Blitze in die Erde gesandt worden, so die vorwissenschaftliche Erklärung für derartige Fundstücke. Weshalb sie Donnerkeil genannt wurden, Begriffe. Im archäologischen Zusammenhang wird in Deutschland ein Steinkörper ohne Schaftloch-Beil genannt. Ein Steinkörper mit Schaftloch, das gegebenenfalls mit einem Steinbohrapparat erzeugt wurde, dagegen Axt genannt. Bei den Beilen, die zuerst erscheinen, erfolgt die Schäftung durch Aufbinden auf ein Holz oder durch Einstecken des Beils in einen Holm oder in ein Zwischenfutter ausgeweih, das dann wiederum in den Holzschaft gesteckt wird. Die Aufteilung in Axt und Beil erfolgt unabhängig vom Material, der Handhabung und der Verwendung. Problematisch an der Terminologie ist die Tatsache, dass im archäologischen Zusammenhang fast ausschließlich die Beilklingen gefunden werden, deren Schäftung nicht immer rekonstruierbar ist, so werden von den Beilen die Dechsel abgegrenzt, deren Klingen quer zur Schäftung stehen. Verbreitung Im Jahre 2010 wurde aus Medienberichten bekannt, dass ein überschliffenes Stück Basalt vom Abri Nawala Gabanmang bis zu 35.000 Jahre alt sei und als Teil eines geschliffenen Steinbeils interpretiert wird. Abgesehen von diesem Einzelfund sind geschliffene Beile in verschiedenen Regionen der Welt erst zu Beginn des Holozehens bekannt. Zum Beispiel in Punta Japa und Devils Lair etwa aus dem selben Zeithorizont stammen geschliffene symmetrische Beile vom Göbekli Tepe. In Mitteleuropa treten Beile und Dechsel zuerst während der Mittelsteinzeit auf. Aus dieser Zeit sind ungeschliffene Feuersteinbeile erhalten, die wahrscheinlich mit organischem Material an einem Schaft befestigt wurden. Oder, wie Funde aus hohen Viecheln belegen ähnlich jungsteinzeitlichen Beilen in einem Zwischenfutter ausgeweihsaßen. Geschliffene Beile sind im Mesolithikums Europas selten, finden sich aber unter anderem im irischen Spätmesolithikum und in Norwegen. Ab dem Neolithikum wurden Beile aus geschliffenem oder überschliffenem Stein verwendet. Das typische Querbeil der Bendkeramik war der sogenannte Schuhleistenkeil. Seit dem jungen Neolithikum werden Metallformen in Stein nachgeahmt. In manchen Gegenden waren Steinbeile bis in die Brossezeit in Gebrauch bzw. kamen in Form der Walzenbeile erneut auf. Verwendung Steinbeile waren Werkzeuge, eventuell auch Waffen, vor allem aber Prestigeobjekte. Besonders die entneolithischen Beile werden meist als Waffen gedeutet. Von der Bedeutung als Prestigegüter zeugen zum Beispiel die weit verbreiteten Beile aus Jadat vom Monteviso und verzierte Axt und Beilkörper, die bereits im Mesolithikum auftauchen und in den Metallzeiten besonders häufig sind. Diese Beile aus Steinbrüchen in den Westalpen wurden weit verbreitet und gelangten bis in die Bretagne und nach Großbritannien. Galerie Punkt Punkt